Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Wir sind ja nun hierhin gereist und wir wollen jetzt mal hier den komischen, ich weiß gar nicht, wie der den Kies, äh, machen. Noch ein geschuldener Leichnam. Weil, wie gesagt, wir haben das ja schon mal gemacht, versucht zu machen, sag mal so, sind wir leider gescheitert. Oh, die Schulden, so nah bei uns, war unsere Würde nicht genug? Kehrt ihr zurück, um meine Familie zu verhöhnen und meines Vaters Opfer? Verrückte Seherin, ich bin nicht ein Feind. Welcher der Verräterkönige schickte ich? Edmund? Burgred? Ella? Ich folge keinem König und auch vor dir knie ich nicht. Na, soll's mal sehen. Komm. Wer eindringt, trifft der Hütte, den anderen auch. Bleib weg. Ich reiße den Hütten, der Hütte, der Hütte! Ich bin euch! Ein Trader verbiets macht mich! Ich bin eine... Hey! Welch eine List ist das? Ein Glückstreffer! Wo bist du? Oh! Gut gemacht, Kriegerin! So lange durchzuhalten! Nun hält mich nichts mehr zurück! Hey, du hat... ...artikel! So tue ich es! Na, dann mach es doch! Okay. Hey! Hau du mal zu! Okay. Wenn ich dich hole, bin ich näher! So. Was hast du davon? Uhuhu. The fuck. Nicht so einfach gerade. Tochter Lerions besiegt. Schön. Uhuhu. Meine Herr, meine Herr. So. Mal gucken, ob wir noch einsammeln können. Probiant ist voll. Okay. Gibt hier noch andere Nadienpilze. Aber Teile. Teile. Nichts weiter. Wollt. Hm. Dann hätten wir das ja erledigt. Aber wir hatten ja noch, warte mal, in der Nähe hatten wir hier noch schon so ein, so ein, so ein, hier. Lass uns das Thema angucken. Dann können wir den auch mitnehmen. Das war hier so ein Symbol, ne? Das war so ein Symbolwaffe wieder aufdecken müssen, oder zusammensetzen müssen. Und... Da, 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 da. Dad? Wir können natürlich auch die Folgen, weil ja immer nur drei Stück kommen am Tag auf 30 Minuten Verlänge. Die Aufnahme, würde ich mal sagen. Komm, lauf mal. Na gut, hätte auch ein Pferd nehmen können. Oder mit einem Schiff hinfahren können. Hier war ja Bodikas Grab. In der Richtung, genau. Warte mal, Falten. Und zwei so ne Gräber der Gefallenen fehlen uns ja noch. Nooo Nooo mów Wir wollen nur das Beste von Dir Mein Wegpunkt steht ganz woanders Auf der Karte sah das gar nicht so weit aus. Aber da ist es vorne. Ja, komm. Töp 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 töp. Nein, ihr lieben Robben. Da hauen sie alle ab. Ja, geht, geht, fliegt, so. Sie hängen, so. Da ist das Symbol. Ich stieß auf diese uralten Pfähle mit hererhalten, um ein heiliges Zeichen zu setzen und den Ursprung ihrer Macht zu finden. Da ich bete, schickt der Herr die Stimme des Heiligen Geistes durch mich. Sie heilt mit dem Glanz uralter Zungen wieder und ich werde erneuert. Waren es die Nephilim, die diese Hölzer herbeitrugen? Ein Schutzwall gegen Eindringlinge. Bitte, oh Herr, lasse die Wahrheit auf mich scheinen, so hell wie dein Wort es vermag. Genau, so. Jetzt müssen wir das Symbol zusammen friemeln. Das ist eine Frage. Das haben wir ja schon mal versucht. Haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Nein. Hier, oder? Nein. 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 Hier, oder? Da hinten leuchtet gerade die Dame noch. Ich würde mich doch fast sagen, hier irgendwie. Mit dem Pfeil, äh mit der Maus gucken, mal gucken. Mit der Maus kriegt man das ja irgendwie ruhiger hin. Hier ist nochmal, da hinten, so. Vibriert, vibriert, vibriert. Na, na. Oh, hier, gut. Ich spüre eine Macht. Unsichtbar. Nein. Glück gehabt. Ich wollte erst noch weiter nach rechts gehen. Aber fertig ist fertig, ne? Genau. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis der hier sein Bumm Bumm Bumm, die Macht spült. Und dann schauen wir mal. Hier war das von Bodica, ne? Ja. So, dann wären wir hier mit fertig. Hier hatten wir noch ein legendäres Tier. Das können wir noch machen, ne? Komm, da gehen wir mal hin. Ja, wir machen jetzt, also in den Folgen, die jetzt kommen, dann machen wir so alles bisschen durcheinander. Ja, also Riezel, Tiere, ja alles was auf uns vor der Flinte läuft. Vor uns Schwert läuft. Das werden wir machen. So, wo bist du? Äh, das war der Stiel, ne? Kann das sein? Die haben wir... Das war, glaub ich, dieser komische Ochse. Das war, glaub ich, dieser komische Ochse. Ich glaube, ja. Ob wir da jetzt mit dem Zweihandschwert gut ankommen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das war der Ochse, den wir da auch schon mal versucht haben zu erledigen. Und der uns dann da ganz schön reingefäffert hat. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Mal gucken. Ja, sind er nun schon ein bisschen stärker geworden. Aber lass uns noch mal schnell die Punkte verteilen. Macht er ja nicht automatisch mehr? Doch, macht er. Bis auf einen wieder. Warum auch immer. Dann gehen wir mal hier hoch. Äh, hier. WM, na klar. So, na dann. Ja, huu. Aufi, schnaufi. Auf zum Ochse. Wenn ich das noch so recht in Erinnerung habe. Weil er ist auch schon Ewigkeiten her. Komm hier vorbei. Was war das denn, der Ochse war? Der weiße Stier oder wie auch immer, ne? So. Oder auch nicht. Hier sind Ruin? Der war doch nicht in Ruin. Nee, 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 nee. Hä, was war das? Ach, hier. Adrenalinpülze. Können wir gebrauchen. Hm. Ich fühle mich schon stärker. Nee, da waren doch die anderen komischen. Den haben wir doch schon mal gemacht. Warum? Den haben wir schon mal gemacht. Warum? Den haben wir schon mal gemacht. Warum? Der hier... Den haben wir schon Mal erledigt. Warum der jetzt hier... Hey. Hey. Ach. Na komm, komm. Na hoooohhhhhh. Der schwarze Skooker. 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 Ach warum? Der schwiegen. Der schwarze Skooker. Der schwarze Skooker. Ey! Ja Feuer! Ja Feuer! Geh mal weg da! Komm raus! Du bist Schweinefutter! Der schwarze Skooker. Der schwarze Skooker. Der schwarze Skooker. Der schwarze Skooker. Noch mehr? Der schwarze Skooker. Geht bestimmt hier durch oder was? Schwarze Skooker. He! Gutes! Ehh! Gutes! Häh! Gutes! Erregelt! Verriegelt! Riegel! Äh... Geht's hier nirgendswo durch, oder was? Ahhhh, ok. Nochmal... ...umschau'n? Ne. Das sieht aus, als wenn er von der anderen Seite... ...runter geht, ne? Ok. Hier sind noch welche. Sind die gerade aufgetaucht? Ah, da! Ok. Hä? Warum wollte er jetzt nicht alle markieren? Wurde eigentlich angezeigt. Ok. So, hier ist noch. Da, da, da. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Von der anderen Seite irgendwie, oder? Da muss ich ja hier noch irgendwo... Ha! Ne, hier. Irgendwo noch Eingang geben, ne? Warum sitzt da oben noch einer? Spinner? hier? Öhhhh. Lu-lullu-lo. Warte mal. Da ist das Schifv? Oder kamen wir... Die andere Seite muss ja dann hier sein, ne? Hier unten, oder was? Hier? Ahhh, ja, ok. Okay, kommen wir von der einen Seite rein, okay. So. Ich glaube, der mochte unseren Blumenkranz nicht, naja. Was haben die gegen unseren Blumenkranz? Der ist da hinter, oder? Nee. Hey. Mag der Kot? Was? Ja, der kenne ich nicht. Alter. So. So. Hey. Komm runter. So. So. Nun durch da. Ah, wir haben noch genug Adrenalin. So. Jetzt noch was zum Lesen. Während es brennt, können wir lesen. Räuberkritzer hört, ihr Mistschaufler. Der Anführer sagt, ich soll die Mauer herrichten. Und das habe ich getan. Unser Ölfahrrad steht genau dahinter. Also, fruchtet nicht mit den Flackeln herum. Sofern ihr euch nicht den Festmann der Toten in ihr mutigen Gräbern einschießen wollt. Okay. Haben wir berücksichtigt? Hier ist nichts weiter. So. Da ist er. Assassinschatz. Ja. Druck. 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 Ruhe. Verschlossen. Hm. Ist der Schlüssel hier irgendwo versteckt? Oder ist der oben irgendwo? Nee, da. Okay. 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 Haben wir den irgendwie liegen lassen da hinten? Oder was? Ach ja. Okay. Da war Terra wieder zu gierig so schnell. Und hat gesagt, ja komm schnell schnell schnell. So. Na komm, warte. Okay. So. Jetzt aber. Schild misst. Faustschild. Okay. Ja. Schilde spielen wir nicht. Ey. Komm hier. Alter. Nun sind wir hier auch mit durch. Da. 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 So. Dürfen ja keine Feine mehr hier sein oder doch? Ja. Ja. Wobei uns das ja eigentlich relativ egal ist. Weil. Die haben alles eingesammelt. Guck mal weiter von hier. So. Ja. Jo. Dann machen wir hier Feierabend. Ich denke Zeit haben wir auch schon wieder erreicht. Und dann mal schauen was wir als nächstes machen. Weil wir hier sind. Genau. Dann werden wir hier hin reisen. Und das Sportgespräch machen. So. Das Assassin. Haben wir auch schon genommen. Und dann können wir aber noch das machen. In der nächsten Folge. Also hier. Äh. Alter Keller. Und. Das Sportgespräch werden wir machen. In der nächsten Folge. Würde ich sagen. Also ich bedanke mich fürs Einschalten. Für Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Wenn ihr möchtet. Und aktiviert die Glocke. Wenn ihr nicht verpassen wollt. Wenn ihr neues Video kommt. Ne? Also bis dahin. Bleibt gesund. Euer Terra. Tschaui. Tschaui.